Tee einfach. Aber nur Tee eigentlich. Curry, bleib stehen! Es geht nicht! Es geht nicht! Hallo Curry, der riecht streng! Curry! Hey Curry! Was zur Hölle haben die für Bilder gepostet? Na? Alle geilen, alle Leute! Ah, jetzt geht's! Wann fangen wir denn eigentlich an? Wann fangen wir die Aufnahme denn eigentlich an? Eigentlich jetzt, oder? Okay, man hört zwar nichts mehr, aber jagt gerne. Geht was? Macht das gern so lange aus. Wie geht denn das nochmal? Kontroll T? Steuerung Y. Hase, helf mir! Hä, was denn? Wo bist du denn? 20 Sekunden, Leute, ne? Okay, okay. Let's go, let's go! Nehmen alle auf! Ja. Alles klar. Drei, zwei, eins! Hallo und herzlich willkommen zurück bei HWSQ PubG! Ja, garer Titel übrigens. Finde ich übrigens sehr gut. Wir, äh, sollten alles nur noch mit Abkürzung machen. HWZ! HWSQ! PubG! T! D! D! S! So, achso, was denn? Was denn? Er hat da die Todesstern-Alarm-Anlage an. Achso! Ach, müsste ich hab's, ich hab, ich hab die Sounds grad aus. Jetzt soll's wieder gehen. Alles klar. Ich dachte, wir können die auch erst mal auflassen, oder? Hm? Wir gehen hier hin. Was? Wo? Wohin? Na klar. Da gehen wir hin. Okay, da ist, da gibt's viel auch. Hey! Okay, Pan darf heute entscheiden. Pan, wo geht's da hin? Okay, wo gehen wir hin? Wir gehen voll hier hin. Okay, gehen wir da hin. Ah, das ist Fluglinie, Pan, das ist so gut. Okay, dann gehen wir, äh, Warte. Wann darf entscheiden, aber? Lass uns hier hin, lass uns hier am Ende des... Okay, Pan darf heute rein. Hä, was wird das ohne? Okay, ja, wollen wir da hin, wo, äh, zu gut ist? Wo gehen wir hinfahren? Ich geh runterfahren. Ich geh runterfahren. Wollen wir raus mal langsam, übrigens? Ja, ja, wir fliegen, wir fliegen, wir fliegen zu Gelb, Leute. Hä, Alter, wieso? Gelb, 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 Gelb. Oh, ihr müsst mal sagen, wann ihr rausgeht, Alter. Ja, Pan, ey, Pan ist schuld. Ja, ich bin wirklich schuld. Gelb, 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 Gelb. Na, gucken wir mal eben. Gelb, Gelb. Danke, Pan. Tobi, ich hab Gelb geändert, Tobi, ne? Ich glaub, Gelb ist jetzt woanders. Ah, das Dörfchen hier unten, ne? Ist das Dörfchen auf 240? Ja, ne? Ja, ja, genau, genau. Ah, lebt klar. Volles hellisches Gott. Ja, voll geil. Da kann das Spandauentferner nur noch was lernen hier, ne? Ja, natürlich. Spandau wird brennen. Oh, bei uns ist ein Fallschirm, ein Fallschirm. Lass den Dreck mal zu Tode boxen. Komm, das müssen wir jetzt machen. Ja, Curry. Du da im Fallschirm. Du willst sterben, Junge. Du willst sterben. Der ist doch schon tot, der ist doch schon Tobi. Wie willst du dem drohen? Ja, wir müssen den nochmal sch- Curry, nochmal. Wo ist der, wo ist der, wo ist die Sau? Ich bin jetzt umbringen. Der ladet die Stimmbogen. Wo ist der? Wo ist der gelandet? Ist der umgedreht jetzt? Hat der Angst? War ich das vielleicht? Curry, du siehst aus wie, äh, dein Charakter, siehst aus wie du. Ah, dankeschön. Das ist echt nett. Oh, nice, dass die Tür nicht zugeht. Okay, Mann. Wir müssen aufpassen. Okay. Hey, der ist gerade noch vorbei gerannt, Pan. Nein! 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 Bist du schon tot? Was? Ich hab dich, Pan. Alles gut, alles gut. Die Dreckslaue. Elektro-Bier. Elektro-Bier, du Sau! Riech meinen Arsch! Elektro-Bier, riech! Mit einem Schlag getötet, Alter. Curry, wann ist's los? Entschuldig. Oh, eine Armbrust! Ist die gut? Ist eine Armbrust gut? Ähm, kannst du schon. Du kannst sie, du kannst sie benutzen, ja, aber... Dankeschön. Für die Endzone ist es... Hast du einen Rucksack? Nimm mal die OMP hier, Pan. Äh, warte, ich dropp dir noch ein bisschen Muni. So. Aber dropp die mal, als ob die hot ist, ne? Was? Was denn? Und hier ist noch ein Koffer, Pan. Nimm den mal und... Nimm mal den Rucksack da vorne. Oh, fuck. Ich muss mal zu euch kommen. Ich hab hier nichts... Alter, der wollte es wissen, ne? Der war richtig on fire, Mann. Der war richtig on fire. This boy is on fire! Ja, eben. Entschuldigung. Okay, die Zone ist eigentlich geil. Tobi, wo bist du denn überhaupt? Ja, ich hab's nicht geschafft, bist du. Ja, aber wir haben Glück gehabt. Tobi hat's nicht geschafft, der arme Mann. Okay, Leute, wir müssen dann wieder dran knüpfen, dass wir halt wieder, äh, möglichst viele Leute töten. Stimmt ist, dass ich bei den Manteln eine größere Hitbox hab und ich sollte die besser nicht aufheben? Nee, das ist aber nicht mehr so. Das war mal so am Anfang des Spiels, das stimmt, aber ist nicht mehr so. Dann hab ich jetzt nen Mantel. Ah, okay. Dann hast du jetzt nen Mantel. Den roten, ne? Den wollte ich auch erst anziehen, aber ich hab mich gegen entschieden. Ah. Ich bin aber Dante hier. Stephen McQuay. Du bist Dante, okay, ja. Ist gut, Pan. Ich bin jetzt Dante, ja. Ich will nur mal dran erinnern, dass du grad, äh, zu Tode geboxt wurdest fast, ne? Nein, ich bin jetzt Dante. Jetzt kann ich alles. Ah, ja, ja, ja. Siehst du gleich Pan, wie sie so im Feuerschwall so durch die Gegend fliegt, weißt du? Das kann nur Pan. Pan, willst du, äh, Tobi, hast du ne Waffe? Ja, klar. Okay. Erik, hast du ne Waffe? Äh, ja, ich weiß noch nicht, ob's gute Waffen sind, wie immer. Was hast du denn? Äh, wo kann ich denn sehen, was ich habe? Achso, ja, ich hab einmal den Flitzebogen. Okay. Äh, ich komm mal zu euch am besten. Dann hab ich ne Handfeuerwaffe. Soll ich dir noch Munition mitbringen mit deinem Bogen? Also hier ist ne Mini-Uzi bei ihm. Und ich hab hier, ich, ich, ich weiß nicht welche Waffe. Ich hab keine, ich kenn mich mit Waffen nicht aus, Freunde. Ja, aber die, die steht, steht da rechts, steht da rechts drüber, was das für ne Waffe ist. Wenn du ins Inventar guckst. Achso, im Inventar. Warte, warte, warte. Äh, da, 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 da. Eine, Scar. Eine Scar hab ich. Oh ja, das ist gut, das ist gut. Sehr gut. Okay, hier war schon jemand drin. Hast du auch Muni dafür? Ja, bestimmt, ne? Ja, 120 Schuss plus 30. Ja, siehst du mal, der ist doch, der ist doch on point, der Boy, ey. Wenn da wieder so ein komischer, wie heißt der Bierwurst kommt, alter? Bierbank. Ah, Bierbank. Elektrobier hieß er. Elektrobier, Entschuldigung. Also jetzt hier gerade, der hieß Elektrobier, aber es gibt auch nen Bierbank, stimmt. Bierbank ist doch der, der so gut ist, ne? Wir sollten vielleicht mal probieren, dass wir ein Auto kriegen. Tobi, hast du ne gute Waffe? Ich hab zwei gute Waffen, ja. Okay, das ist wunderbar. Oh. Wunderbar, Tobi. So, äh. Das ist geil, ey, das ist der Hammer. Woran sehe ich da? Ah, und jetzt kann ich das hier reinziehen, man lernt nie aus. Schnellwechselmagazin. Genau, übrigens nicht. Wir haben heute ein paar Probleme mit Discord. Oh ja. Genau, deswegen leckt das manchmal ein bisschen. Ja, wir hören uns mal komisch an. Boah, der hätte uns fast gehabt, ne? Uns beide ehpaaren, das war echt knapp. Ja, das war, äh. Ich hatte für einen kurzen Moment, hab ich mir fast den Zwüssing gemacht. Nur für einen kurzen Moment. Curry, das hättest du auf Ebay verkaufen können, geil. Was? Müsst du das vielleicht mit der roten Zone noch sagen? Ja, stimmt. Ja, die roten Zone haben wir ein bisschen hochgeschraubt. Ähm, die ist jetzt ein bisschen breiter, ist ein bisschen länger und kommt ein bisschen öfter. Und wie mein Döbel. Ja, irgendwas musste kommen, Tobi. Ich hab extra die Pause eingesetzt. Ich glaub, der Tobi muss da irgendwas kompensieren. Also, ich weiß nicht, was da los ist mit dem. Ja, weil der eben so oft kommt. Der, manchmal geht da einfach los wie so ein Garten. Der kommt einfach. Wie so ein Rasensprecher. Lass uns doch bitte mehr über Tobis Penis reden. Ja, find ich cool. Ich bin nicht dabei. Ja, das ist ganz cool. Ja, das funktioniert. Ist mir das schon klar. Pan, hier ist noch ein bisschen 9mm Munition. Die kannst du noch haben. Ja, die, äh, Strotpartone. Also diese, äh, warte, wie heißt die? Kaliber 12. Falls sie... Ich... Ich würd dir eigentlich empfehlen, dass du dir keine Schroth mitnimmst. Ich hab keine Schroth. Ich hab, äh... Wobei, kannst du das erst entscheiden. Mach, mach wie du möchtest. Ja, ist ne Schroth, finde. Hä? Nein. Doch. Doch. Nein. Doch. Doch, deswegen kommt da doch auch Schrob-Muni rein. Er hat nur noch 5 Schuss. Okay, ähm... Komm, wir haben betekuriert. Aber hier ist eine Maschinenpistole, Pan. Die ist echt gut. Und hier ist noch ein Zweier hoch, da? Soll ich die austauschen gegen die UMP? Ja, was denn? Ach, kann ich gar nicht. Tobi! Ich hab noch Bolzen für dich, du Bolzen. Boah, geil, Alter. Lass uns mehr über deinen Bolzen reden, Tobi. Geil, danke dir. Geil. So. Hab ich mir gern reingesteckt. Wollen wir langsam Go machen, Pan? Wie sieht das aus? Ja, stimmt. Brauchen wir noch einen Aschenbecher oder so? Hier liegt noch einer. Ah, Polizeiweste. Ich hab alle... Was ist mit der Tobi gegangen? Willst du die spielen, Tobi? Äh, nö, ich hab ne... Ist eigentlich besser... Ist eigentlich besser als UMP, Tobi, ne? Also ist ACP-Muni drin. Joa, ich hab 400 Schuss fast. Okay, dann hab ich nichts gesagt. So. Pan, möchtest du... Was hast du für ne zweite Waffe? Zweitwaffe ist diese S12K. Soll ich die austauschen? Soll ich die austauschen gegen SKA? Ne, das musst du selber entscheiden. Das musst du selber entscheiden. Hm. Ne, ich... Was hast du denn noch für ne Waffe? Also die S12K und was... UMP und S12K. Ich tausche mal... Ich tausche mal... Ich glaub ich tausche den Bogen aus. Der macht keinen Sinn bei Zombies, oder? Der macht keinen im normalen Game, aber... Der ist Quatsch, ja. Wobei, wenn du patchst, gibt's das One-Hit, ne? Eher klar, aber... Bei 1000 Zombies... 100... Ja, guck... Ich wollt grad sagen, guck mal wie viel Feuerrate der hat. Okay. Hast du denn auch die Muni für die SKA? Ne, 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 hab ich gar... Ne, ne, hab ich nicht. Okay, hast du genug Muni für die UMP? Ähm, ja. Ja. Dann komm mal mit, dann nimmst du halt die Tommy Gun jetzt... Ja, geht. Wie viel hast du denn dafür? Äh, ein Magazin drin und ein Magazin haben wir noch in ne... Watt? Warte mal, warte mal, warte, 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 warte. Äh, 115 Schuss. Reicht da eigentlich, oder? Okay. Ja, ja. Okay, ähm, gut. Willst du denn die Tommy Gun vielleicht mitnehmen anstatt für die Schrotfünde? Wo bist du denn? Warte mal, warte mal. Dann liegt die hier im Haus, die kannst du... Und hier ist noch ein Zweierrucksack, falls die noch jemand braucht. Und Verband würde ich auch empfehlen. Und dann gehen wir gleich erstmal in Richtung Zone, dass wir erstmal gucken, dass wir irgendwie safe sind. Schnellwechselmagazin... Die Zone ist nicht schneller, ne? Ne, also jetzt noch nicht schneller. Okay. Hier, ich bin hier im Haus. Im anderen Haus. Ein bisschen weiter. Ja, ja, im Moment hier oben sind noch Energydrinks. Ja, Energy ist wichtig. Und Granaten vor allem will ich ganz wichtig. Energydrink habe ich noch gar nicht. Ich habe bis jetzt zwei Heilkits gefunden. Ja, ich kann den gleich geben. Ich habe zwei gefunden. Hier, guck mal. Hier ist eine Tommy Gun und ganz viel Muni dafür. Ah, okay. Die ist halt wirklich stark. Ne? Also die ist wirklich, wirklich stark. Warte mal, warte mal. Die ist sau stark! Hast du die jetzt für die... Hast du die jetzt für die OMP weg... Ne, 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 ne. Die lege ich jetzt hier zurück, sorry. Hier liegt noch ein Magazin. Tobi, was machst du da? Ich scope, ob ich irgendwo die Tommy sehe. Oh, okay, cool. Ich weiß, ob da so eine Herde auf dem Hügel liegt oder so. Okay, und die stellst du jetzt auf Auto, ja? Hast du die auf Auto gestellt? Jaja, ich stelle die sowieso immer alle auf Auto. Alles klar. Wir haben doch auch ein Auto. Gut, dann können wir ja jetzt losgelegen, oder? Ich habe einen kleinen grünen Punkt markiert. Könnt ihr mal gucken auf der Karte. Ist das okay, wenn wir da vielleicht mal gucken? Ja, ja. Ist halt eine sehr offene Mine, aber... Können wir gucken, ja. Eine offene Mine, okay. Ich kenne die Map halt überhaupt nicht. Hm? Erik, du Quarry. Sollen wir die mal aufsplitten? Was denn? Was denn? Ich habe 15 Verband. Wie viel habt ihr? Ne, das können wir leicht machen. Das ist jetzt gerade nicht so wichtig. Ähm. Wir sollten ein Staubsauger durch die Häuser gelaufen, oder was? Wir sollten irgendwie ein Auto kriegen, ey. Das wäre schön. Hier ist übrigens noch ein Bogen, falls jemand unbedingt einen Bogen haben will, was überhaupt gar keinen Sinn macht. Schrotflintenschoke. Ach, den brauchen wir gar nicht, ne? Weil es leben halt noch fast 100, also schon krass. Warte mal. Ja. Die beiden sind wieder da unten in der Tankstelle. Ich weiß nicht, die holen sich noch einen shoppen, glaube ich. Was? Schönes Faxe. So. Ich guck grad nur, ob ich irgendwie ein Fahrzeug finde, oder so. Ich schmeiß mal Sachen weg. Ich muss mal irgendwann lernen, welche Munition zu was gehört, dann kann ich mich auch mal feststellen, welche Munition ich brauche. Das kommt irgendwann. Du kannst wieder nachgefahren, dann siehst du das. Wenn du über die Waffe fährst, siehst du das. Da steht das dann. Wenn ich über die Waffe fahre mit dem Auto, oder was? Ah, hier. 5,5. Oh, Scar und M416 teilen sich die gleiche Munition. Das ist aber nicht so geil. Na, geht. Da hinten ist doch ein Auto, oder? Meinst du den Truck da? Ich glaub, das ist kein Auto. Nee, das ist kein Auto. Nee, das ist kein Auto. Nee, der sieht aber irgendwie okay. Du meinst da im Norden, bei den Häusern am Stand, ne? Genau, genau. Ich dachte... Ja, das ist so ein Truck. Okay. Entschuldigung. Gut, ab das Feld. Hier ist das perfekte Szenario für so eine Zombie-Jagd. Ich hab noch keinen Helm. Ich muss noch eine Waffe tauschen. Oh, was? Oh, shit, Mann. Da war kein Helm. Guck mal hier links, ob da was drin ist. Die Zombies werden nicht auf uns schießen, denke ich mal. Das ist schon mal gut. Wenn du irgendwas noch nicht hast, dann frag am besten, ob irgendjemand den gesehen hat. Oder so einen Helm oder so. Hat jemand den Helm gesehen? Ja, jetzt ist zu spät. Toll, Erik, toll. Ja, ich glaub, hier irgendwo im Wasser hab ich vorhin einen gesehen. Oh, hier sind die Türen schon kaputt. Ey, was soll das bahnen? Warum ist die Tür da auf? WTF, warum sind die Türen da auf? Ach, Tobi, du warst ja hier. Was ist besser, Rotpunkt oder holographisch? Ich find rotpunkt besser. Ich find rotpunkt besser, weil du dann nicht so verziehst, während du zielst. Aha. Aber Rotpunkt hat halt ein bisschen größeres Feld, wenn du anvisiert hast. Okay, muss ich noch einmal testen. Ah, okay. Oh, da kommt der Abwurf, warte mal. Genau, der wär eigentlich gar nicht so schlecht. Problem ist aber beim Abwurf, ihr wisst Bescheid, ne? Ja, ja, deswegen bräuchte ich mir ne Karre. Ah, der hat bestimmt schon abgeworfen. Nee. Ach doch, kann sein. Geht erstmal in die Zone. Wir müssen halt wirklich gucken, dass wir jetzt gleich vorankommen, weil wir haben halt immer noch keine Leute getötet. Aber es ist alles möglich. Wir brauchen ein Auto, wir brauchen ein Auto. Ist unsere Chance. Okay, hier vorne sind die Tür schon kaputt, also hier war auf jeden Fall schon jemand. Hallo Kinder, aber ich noch nicht. Wo klaut ihr am liebsten eure Autos? Gebt uns nochmal einen Tipp. Wer verdattet jetzt? Äh, Zone kommt. Ah ne, da ist die Zone, da ist die Zone, alles klar. Ich weiß diesmal nicht. Fuck, Mann ey. Wir müssen ein ganzes Stück laufen gleich, wenn dann. Ja, ja, dann lass uns... Oh, ich hab ein Auto. Ah, sehr geil. Da sind die Reifen... Die Reifen sind natürlich schon Schrott. Fuck. Scheiße. Ich guck mal, ob das noch geht, ob das noch machbar ist, dass wir damit fahren können. Ja, dann schieb doch einfach einer an. Und dann schwingst du rein. Wir machen einfach so... Ich kann mich einfach um die Felge... Um die Felge schwingen so, weißt du? Wir machen so ein Feuerstein-Auto. Wir schmeißen den Boden raus und dann... Jaaaa! Mit den Füßen einfach... Es ist unmöglich mit dem Ding zu fahren. Alter, wir bräuchten ein Boot, Mann. Guck mal, dann können wir einfach rüberdüsen. Tobi, oder? Hä, wer fährt denn jetzt da? Achso. Da hat gar nichts zu fahren da drinnen. Das wär geil, ey. Das Ding ist, wir kommen jetzt leider nicht mehr zum Strand. Das ist das Problem. Wir müssen jetzt auf die Brücke, das wär perfekt. Ja, komm mit, komm mit. Wir gehen... Tobi hat recht, Tobi hat recht. Wir folgen. Wir gehen auf zum Strand. Also in Richtung Süden. Okay. Weil uns rennt echt die Zeit davon momentan. Aber die Brücke wär halt echt geil, weil die müssen halt alle da rüber, ne? Ja. Ich hab fünf... Ne, ich hab nur eine Splittergranate. Aber dafür sind wir leider schon zu spät fast, Tobi. Ich glaub, wir brauchen schon... Packt mal die Waffe aus den Rücken und dann rennt man eben schneller. Ja. X... Hab schon, hab schon. Okay, okay. Wunderbar! Ihr seid so geile Soldaten, ne? Jetzt ein Helikopter, ne? Jawoll, Sir! Oh, Heiler auch dabei. Geil. Herr Heiler. Der Heiler. Wird's echt an wie Heiler. Aber Brücke wär echt mega nice jetzt. Tobi hat da echt recht, ey. Das wär richtig geil. Weil die müssen halt jetzt alle da rüber, ne? Weil die können doch von einer Seite, ne? Ja, vor allem die müssen halt, weil die... Ich denk mal, viele sind hier auf der Hauptinsel wie wir. Und wenn die jetzt alle da rüber müssen, das... Alter, das wär schon geil. Ich möchte bitte hoch auf die Brücke. Dann hat niemand mehr eine Chance. Stimmt. Das geht sogar wirklich, ne? Also du kannst da irgendwie... Du kannst das Auto da vorstellen. Das ist halt echt schwer. Aber du kannst dann irgendwie die Strippen da hochlaufen. Boah, das wär... Das wär natürlich... Das... Aber ich würd's lieber nicht probieren. Weil wenn du da festwachst oder so, dann... Dann können wir da leider nix machen. Ja, aber wenn du oben bist erstmal und die Zombies... Und die Zombies kommen dann A nicht hoch? Ja, ja klar. Aber was machst du, wenn die Zone dann weiterläuft? Ja... Dann können wir ins Wasser springen. Das stimmt schon. Dann können wir ins Wasser springen. Vielleicht, ja. Also das wär auch ne Option. Wobei die Zombies dann einfach rüber rennen über die Brücke. Das wär zum Beispiel die Mine, die der Erik grad vorhin markiert hat. Da könnt ihr gleich hier reingucken. Ah, klar. Sieht eigentlich auch sehr geil aus, ne? Ist das nicht ne Falle für uns? Also ist das nicht gefährlich, wenn wir in so ne Mine gehen? Ja, ja. Also jetzt ist ja sowieso vorbei. Jetzt ist ja sowieso vorbei. Weil wir müssen ja eh weiter. 53 Sekunden haben wir noch. Also wir müssen ein bisschen sputen. Ich renne so schnell. Ich kann Curry. Ja, super wunderbar. Das will ich hören von meinem Soldaten. Hab nen aufgeschürften Knöchel. Ich kann nicht so richtig. Ein bisschen Dreck rein, weiter geht's, Soldat. Wie sind die denn alle, diese komischen Typen? Ja, die werden jetzt alle in Richtung Brücke wandern. Das sag ich schon mal. Die haben sich 100 pro wieder gesammelt irgendwie. Ja, 100 pro. Oh Gott, oh Gott. Wir werden keine Minute überlegen, wenn wir die sehen. M-m. Ich glaub auch nicht. Wir kriegen das hin. Warte mal. 23 Sekunden, wir sind schon relativ nah an der Zone. Aber wenn wir jetzt ein Boot finden würden, das wäre halt mega geil. Im Wald meint sie ja. Ja, ja genau. Die wachsen ja an den Bäumen. Ja, das wäre ganz gut. Ich glaub wir finden einen Bootbaum. Ja. Ist ein bisschen größer und breiter. Die sind relativ selten. Das hier ist glaube ich der Eigenheimwald, ne? Da wachsen Eigenheime an Bäumen. Oh, ist immer schön hier. Ist aber schön hier. Leider sind keine Vögel mehr da. Die sind auch schon rüber geflogen. Die Brücke. Kacke. Zombie-Vögel. So. Ja, genau. Alter, stell dir vor, wir würden jetzt hier eine Karre finden und dann würden wir einfach darüber düsen. Das wäre so geil. Und auf der Brücke warten die alle und die sind einfach durch. Spiel gewonnen. Bam. Yeah. Glorios. Genauso wirds laufen. Da ist immer gestorben. Oh Jojo. Der arme Jojo. Endlich gestorben. Was war das? Hm? Was denn? Was denn? Ich hab ne Stimme gehört. So ne helle. Was? Ich hab ne helle Stimme gehört. Passt auf nicht, dass dir jemand folgt. Vielleicht hat sich Tobi hier den Sack geklemmt. Lauft erst mal weiter. Lauft erst mal weiter. Okay, okay. Pan rennt keiner hinterher zum Glück. Aber hier rechts vielleicht auch ein Grundstück. Nein, niemand. Die Zeiten sind vorbei. Nein, die Zeiten gab es nie. Doch, Erik ist mir einmal hinterher gelaufen. Alter, sind hier keine Boote. Doch, da ist ein Boot. Ich seh ein Boot. Ja, geil. Okay, cool. Und ich seh sogar einen Airdrop. Hm? Aber jetzt glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ist er auf der anderen Insel schon. Okay, wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin. Das ist gut. Das ist so ruhig. Es wird ganz furchtbar. Woran kann ein Zombie sterben eigentlich? Ist der ertrunken? Ist der irgendwo runtergefallen? Durch Fallen kann er sterben. Ertrinken ist glaube ich relativ schwierig. Aber wenn er durch die Zone gestorben wäre, dann steht das da. Hm, okay. Dann würde das da stehen. Ah, okay. Also ist noch keiner durch die Zone gestorben. Nee, nee. Okay. Ich glaube, die haben sich alle wieder gesammelt. Ich glaube es nicht. Ich glaube auch. Könnte vielleicht sogar sein, dass die tatsächlich auf der Brücke auf uns gewartet hätten. Ja, klar. Also rüberschwimmen werden sie, denke ich mal, nicht. Also, die werden auf jeden Fall die Brücke genutzt haben. Krall, ihr weißt los mit deiner Energie? Ach ja, stimmt ja. Der hat dich ja auch angegriffen, der Typ. Ja, ja, genau. Eie. Der Mutigste von allen. Alter, ich will nicht wissen, wie viele gerade da auf der Brücke sind. Das ist so krass. Hä, was war das? Hä? Ich wollte mich kratzen und habe mir das Mikrofone umgehauen. Was zum Zeug? Wir sterben nicht durch Zombies, wir sterben durch Mikrofone. Ja. Ach guck mal, da ist eine Kiste im Wasser. Oh, nice. Vielleicht können wir da mal vorbeischauen gleich. Oh, lol, da hinten. Die Zone kommt. Alter, wie groß die ist, man. Oh, da hinten. Alter, 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 was? Eieieiei. Eieieiei. Schicksal. Boah, schön. Oh, sieht doch schön aus. Hat ein bisschen was. Wie Silvester, ne? Hat ein bisschen was von Silvester so. Ja, ja. Oder so Weihnachtsfeuer. Ja. Die denken, sieht man schon auf. Was ist mit der Zone? Ja, ja, alle. Ja, ja, ich drehe nochmal. Hahn, Treppe runter. Achso. Oder nicht. Ne, kommt mal rein. Oh, die Zone ist interessant. Alter, die geht sogar wirklich auf die Brücke. What the fuck, man. Ähm, wie kann ich wieder einsteigen? Ja, okay. Nein, ich bin nicht ausgestiegen. Ciao. Tschö, Erik. So, jetzt aber. Jawohl, wunderbar. So, jetzt könnt ihr euch mal... Machen wir jetzt nochmal einen Giraffenhals gerade wieder. Jetzt könnt ihr euch mal eben überlegen, wer denn gleich da in der Kitzlin schwimmt. Da sieht sogar... Ne, ist einer. Okay, ist einer. Der Charakter sieht aus wie ein Barek ohne Bart. Alter, wie lang die Bombe da einfach rein schassen. Boah, Alter, auf der Map die Zone. Oh. Oh. Das ist so heftig. Okay, wer, wer möchte... Boah, das sieht gut aus. Tobi hat Erfahrung. Äh, nein, Erik oder Pan, weißt du? Ich hab alles. Ich brauch nichts. Also, wow. Ich hab noch nie... Ich versuch's... Wie loot man ne Kiste? Guck einfach... Schwimm hin und dann tapp. Und dann tapp. Entschuldigung. Und dann tapp. Okay, oh, ein 8-fach Sucher. Ja, schön. Boah, okay, das ist geil. Sonst nix. Und ein 4-fach Sucher. Und ein Helm. Yeah, ein Helm. Okay. Ja, nice. Sonst nix keine Waffe? Äh, ne MK14. Die würde ich vielleicht mal ersetzen bei mir. Ne MK14? Ist das Snipe, oder? Ich weiß es nicht. Oh, dann nimm sie. Doch, genau, ist der Snipe. Aber... Und da passt auch der Sucher drauf. Das ist der... Ja, genau. So, Munition. Ein 4-fach Sucher ist noch drin. Und, äh, 7-62er Munition. Äh, Tobi, willst du den 4-fach Sucher? Ne, ne du ihn ruhig. Okay, warte. Dann nehm ich den. Also, ich hab einen 2-fach Sucher. Oh, Erik fährt. Nein, was? Was? Du fährst jetzt. Du fährst. Okay. Ja, ja. Ihr müsst mir dann mal sagen, wohin, ne? Ähm. Warte mal. Lass uns unter die Brücke fahren erst mal. Okay. Da werden wir zwar viel Aufmerksamkeit... Ich will nur mal sehen, was da oben steht. Ich denk mal, da werden nur noch vollständig taumlich stehen. Ich hoffe, ihr fühlt euch sicher, wenn ich am Schleuer bin. Ja, ja, klar. Ich hab mich noch nicht so sicher gefühlt. Was passiert, wenn ich den Pfeiler fahre? Ich frag nur. Dann explodieren wir und sind tot. Lass es mal probieren. Alter, guck mal, da sterben Leute. Nein! Die Kommune, die stirbt. Ich verliere Abos. Was soll das? Ich seh auch keinen auf der Treppe vor allem. Sollen wir mal probieren, auf die Brücke zu gehen? Äh... Weil das... Das wäre echt... Also... Wir müssen ja sowieso hier... Ich kann doch erst mal im Kreis fahren und äh... Ne, 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 bleib mal hier. Bleib mal hier. Ich will mich jetzt auch... Wir wollen uns ja nicht immer nur verstecken, oder? Also wir müssen ja auch mal gucken, dass wir hier sollte gehen. Ja, 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 ja. Okay. Bewegt sich hier irgendwas... Komm, wir schauen mal. Irgendwas bewegt sich hier irgendwas bei den Häusern? Komm, wir schauen mal. Wir schauen mal, Leute. Oh, Erik, geil. Äh, Erik ist ja schon Curry, Alter. Aber Tobi... Ich sag dir grad, du checkst auch mal meinen Arsch aus, aber nein. Weißt du? Entschuldigung, Erik sieht auch gut aus. Ja, danke dir. Okay. Jetzt wird's... Wenn einer Männerärsche beurteilen kann, dann der Tobi. Ja. Alter, ich will nicht wissen, was passiert. Ich bin auf Fury, Alter. Was passiert, wenn wir auf diese Brücke gehen? Alter. Oh, ich seh schon einen Zombie. 120. Der läuft da. Aber weiter weg. Weiter weg. Ich seh den gar nicht. Okay, da kommt wieder ein Drop. Eigentlich wär's geil, wenn da jetzt so ne... so ne... M246 oder wie die heißt, was drin ist. Okay, da glaub ich sogar reichbar. Oh, der ist gar nicht so weit weg. Ja. Guck mal. Wir können da hin. Oh, der ist echt gut. Guck mal da hin. Aber wir haben halt kein Auto, ne? Wir haben kein Auto. Okay, das wirkt vielleicht... Oder? Meinst du, der ist weit weg? Ja, das ist das nicht. Nee, das ist nicht weit. Komm, lass uns da hingehen. Ist gut. Okay. Ja, sollen wir? Wir nehmen den jetzt mit. So, Notfallplan wäre... Alter! Alter! Guck mal, 105. Da liegen die alle oben auf dem Berg. Was? Warte, 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 warte! Wo bist du? 105 Grad! Da liegen die alle auf dem Berg, man! Oh mein Gott! Alter, nein! Okay, ähm... Brücke? Brücke? Ähm... Links von uns. Links von uns hier hinten ist einer, Curry. Links von uns. Was? Hier oben. Siehst du den? Die haben uns gesehen. Die sind alle hinter dem Berg gekrochen. Die haben uns gesehen. Lass uns erst mal zum Drop. Guck mal, die Zone ist immer noch auf der Brücke. Okay, wie kommen wir auf den Wasserturm, dass die Zombies nicht hochkommen? Wir werden alle auf den Wasserturm schießen von oben. Wir kommen da hoch, Curry. Wir schaffen das, wir schaffen das Räuberleiter. Ja. Oh, fuck. Wir sind zugeliefert, es ist vorbei. Alter. Der Traum ist geträumt. Ich behalte die mal ein bisschen im Blick. Alter, wie krass die da einfach liegen, man. Und die sind alle direkt in den Berg gekrochen. Alter. Voll gruselig. Oh, ja. Oh, ich muss so pinkeln. Was? Wie pinkeln? Hier gibt es kein Pinkeln. Wir sind in der Apokalypse. Spar die Pisse auf, wir müssen was trinken später. Boah. Was? Mach mal Bear Grylls, der kann das. Jejeje. Okay. Alter, M249, flip aus, Alter. Ja? Ja, Mann. Die ist so geil. Ich glaub, die ist gut. Die ist echt geil. Also, damit kannst du Leute richtig gut wegballern. Also, ohne Scheiß. Warte mal. Ich, ähm, baller das mal weg. Ich baller das mal weg. Ich baller das mal weg. Den Energy Swing und Verbände klau ich mir mal, ja? Zu Not können wir immer noch Wasser gehen. Ich hab den schon selber. Das war meiner. Äh, scheiße. Warte mal. Ich bin Pro-Gamer. Entschuldigung. Okay, Alter. Die ist so geil, Mann. Das ist echt das Beste, was wir hätten kriegen können jetzt. Alter, guck dir mal diese MG an. Boah. Okay. Zeig mal, Alter. Ist sie das? Alter. Die hat einfach 100 Schuss pro Magazin. Ja, da oben hat scheinbar irgendjemand das Kommando übernommen. Die sind gerade alle gleichzeitig aufgestanden. Was? Was? Boah, ich komm. Die machen sich bereit. Ich glaub, die kommen gleich. Aber die Frage ist, lassen wir uns noch auf die Brücke kommen? Oder, oder, oder? Jaja, doch, doch, doch. Also da ist noch Platz. Nur ist die Frage, ob das so schlau ist. Weil, ähm, wenn die Zone da weg ist, dann kommen wir da nicht mehr runter. Und links liegen Zombies. Warte, noch nicht schießen. Warte, was ist mit dem Boot? Können wir mit dem Boot irgendwie wassertechnisch in der Zone bleiben? Ja, ja. Wir haben immer noch ein Boot unter der Brücke. Ja, mein ich ja. Das mein ich ja. Genau. Weil wenn die jetzt alle auf uns zugelaufen kommen, dann seh ich wenig Chancen. Soll ich schon mal schießen? Soll ich schon mal schießen? Soll ich schon mal schießen? Warte, 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 warte. Unter der Brücke kommen auch grad auch Zombies. Ja, ich seh grade. Ich schieß mal da oben auf den Berg auf die. Ich schieß mal mit dem Boot irgendwo hinfahren, wo wir ein Auto haben. Suchen können. Okay, Räusch. Stopp, stopp, stopp. Einer tot. Ich glaub hier lag irgendwo noch einer. Da hinten sind welche. Ich schieß auf die auf den Berg da oben. So weit weg. Ich hab nur einen Zweiersüffer. Auf N-E war ich ja nicht. Leute, hier ist einer, Leute. Hast du ihn? Okay, chillen, 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 chillen. Ja, ja. Hier auch. Nein, bei mir. Ja, wir dürfen uns hier nicht festsetzen lassen. Ist richtig scheiße. Da. Ja, was wählst du? Hier hinterm Baum. Was wählst du, Junge? So. Ja, Entschuldigung. Ich geh hinterm Baum, Leute. Es hört sich ein bisschen an wie die Silvester. Okay, ist tot. Okay, wir gehen mal langsam Richtung Brücke. Okay, die werden da oben gleich kommen, ne? Weil die Zone geht da oben. Die werden, die werden wie für Schottland, wie bei Braveheart. Warte, warte, warte. Ja, ja, wir gehen erstmal zur Brücke. Ich hau mein Schmerzmittel rein. Ich könnte mit dem 8-Fach-Scope schon mal versuchen. Warte, 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 warte. Erst mal gucken, dass wir irgendwie safe sind. Warte, warte, warte. Wir rennen hinter den Berg. Aber die Zone ist auch jetzt nicht weg. Pass auf, von rechts kommt einer. Das heißt, hier war irgendwo einer. Ah ja, hier rechts, Tobi. Tobi! Ah, ist gut. Fuck, ich treff seinen Kopf gerade. Okay, Pan, du hast hinten, ne? Ah, hinten dürfte keiner mehr kommen. Okay, die Zone ist natürlich jetzt kacke, weil wir halt... Ähm, aber wir müssen eigentlich wieder zum Strand. Lass uns zum Boden. Ja, Alter, was für ein Schuss. Nice! Die Sniper ist halt sexy für solche Distanz. Alter, ich bin so stolz auf dich. Bitte schießt mich nicht wieder. Ja, das Problem ist einfach, wenn der auf dem Berg liegt, du triffst meistens den Dreck irgendwie. Ja. Warte, ich gebe mir nochmal einen Boost gerade. Habt ihr noch Energies? Also die, die kein volles Leben haben, die können sich jetzt nochmal boosten. Okay. Ich kann auch nochmal was abgeben an Energies, ne? Ich hab vier Stück noch. Ich hab leider nur einen. Warte, hier ist steiler Abgang. Oh, nein, Alter! Steilhank! Ich bin so doof. Okay, ich gebe mir einen Boost. Oh. Oh ja! Oh nein, ich bin so doof! Ich hab das auch gemacht! Hä? Oh, in den, an den Häusern, an den Häusern sind Zombies. Ja. Bist du auch runtergefallen? Wir sind aber die Trottel der Runde. Wie immer. Ja, ich bin einfach mitgelaufen. Ist so wie im richtigen Leben. Wenn wir sterben dann zusammen, an eigener Doofheit. So wird das enden. Oh geil, Böller! Pff! Das sind so viele andere. Erich, welcher Abhagen! Pff! Hey, 27 Sekunden. Müsst du ein bisschen spuren? Jo. Da kommt, da kommt einer hinten. Von hinten kommt einer. Ja, ja. Aber scheiß auf den. Darf ich erstmal nicht aufhalten? Oh mein Gott, 90 Zombies, das ist unmachbar. Ja, ich glaube auch. Also das wird echt schwierig. Wir könnten hinten... Er ist auch kack. Also wir haben immer noch ein Boot, ne? Also das... Ja, gehen wir nicht zum Boot, wo ich... Ach, da hinten ist. Ja, ja. Aber das ist halt... Das wird halt gleich hundert... Ne, hier steht auch noch eins. Aha. Das wird gleich hundertprozentig außerhalb der Zone sein. Geradeaus sind auch welche wieder. Oh. Geradeaus. Du hast gestorben? Ich hab einen Kill bekommen. Ah, ja. Warum? Oh. Wahrscheinlich bei denen so... Okay, scheiß drauf. Und Richtung 120 sind sehr viele an dem Baum da hinten. Richtung 120, da liegen sie alle wieder. Ja. Soll ich nochmal... Soll ich nochmal snipern? Ja, du kannst ein bisschen versuchen. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, dass ich hier keiner ranstehe. Also bei den Häusern habe ich hier hundertprozentig jemanden gesehen. Vielleicht kannst du da aufpassen. Ja. Auf 120? Ja. An den Bäumen da hinten. Alter, da liegen sie alle am Stein. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ah, hier. Ich hab keine Ahnung. Ah, klappt. Hä? War die nicht gelaufen? Oh, die liegen nicht gelaufen jetzt. Reicht, Trepan. Reicht, 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 reicht. Ne, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Die wollen nach links. Die wollen nach links. Nice. Kann natürlich auch sagen, dass die sich aufgeteilt haben. Yo, Cyphus. Oh, hab ich den erwischt? Nice. Ja. Entschuldigung. Wie sie healen ja, ne? Okay, passt auf die Häuser auf. Wie gesagt, da waren noch welche. So, ich bleib mal ein bisschen unter dir, damit du mich nicht aus Versehener schießt. Ja. Oh, links. Okay. Na komm, die sind jetzt links am Baum. Am Boot, am Boot sind welche. Ja, du kannst dich mal auf die konzentrieren. Oh, 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 oh. Aber im Wasser kann man nicht schießen, ne? Ins Wasser kann man nicht schießen. Kann man ins Wasser schießen? Ja. Nur wenn die aufgetaucht sind. Was total dämlich ist eigentlich. Weil, ganz ehrlich, wenn die jetzt alle ringsrum laufen und alle tauchen, dann kommen die alle hinter uns raus. Ja. Fuck. Die werden jetzt alle hinter diesem Hang warten. Veransach Bescheid, wenn da welche rauskommen aus dem Wasser, ne? Ja, ja, ja. Die werden gleich alle kommen, wenn die Zone kleiner wird. Wunderbar. Äh, beim Haus, ist jemand? Warte. Ja. Warte, ich seh niemanden. Schuldenberater. Soll ich lieber Zeug noch sagen? Kommt vom Haus, Curry vom Haus. Richtung 210 kommen ganz viele. Okay, ja. Oh, ja. Wir müssen aber links auch im Blick haben, Leute. Die werden von links auch an. Die kommen von links, alle von links. Oh mein Gott. Äh. Alle von links, alle von links. Wir müssen ins Boot, wir müssen ins Boot, wir müssen ins Boot. Freunde, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Wir müssen ins Boot. Was ist das? Was? Alter. Ab ins Boot, Alter, Tobi. Wo ist Curry, wo ist Curry, wo ist Curry? Curry, Alter Curry. Nein, Curry kommt. Oh mein Gott, ich setze fest. Nein. Curry, nein. Wo sollen wir hinfahren? Alter, keine Ahnung. Tobi, wo fahren wir hin? Versucht erstmal, versucht erstmal, ähm, außerhalb der Zone noch zu töten. Nein, wir müssen sogar fahren, die Zone jetzt zu hart. Alter, wer erschießt mich da? Alter, du bist außerhalb der Zone, du bist außerhalb der Zone gefahren. Oh mein Gott. Hä, wie? Nicht ernst. Aber ich dachte, ja, aber die Zone war nur ganz klein. Was? Was? Wie? Aber das dauert doch ewig, bis wir, bis wir dann viel verlieren, oder nicht? Das hat doch ewig, das hat doch das letzte Mal ewig gemacht. Ja, aber zum Schluss, zum Schluss zieht die, zieht die Zone mega viel Leben ab. Das wusste ich doch nicht. Alter, wollte ich das wissen. Egal, egal. Wir beenden die Folge und machen noch ne Folge, ja? Komm, wir machen schon ne Folge. Aber ganz ehrlich. Wir hätten gar nicht wegfahren können. Dann hätten wir gar nicht ins Boot gehen können. Ihr hättet halt stehen bleiben können. Aber man muss mal sagen, die Zombies haben das gut gemacht, weil die sind von links und rechts gleichzeitig auf und zu gegangen, ne? Sind wir mal ganz ehrlich, wir hätten sie nicht. Mega geil. Wir hätten es auf keinen Fall geschafft. Ich habe uns einen gnadenvollen Toten gewährt durch meine eigene Nummer. Das war richtig unfair. Jeder von uns hat ein Auto. Komm. Ja, Alter, wir machen das echt so. Jeder holt sich ein Auto und dann fahren wir einfach. Ja, wir machen ne richtig fette Karawane, Leute. Dann machen wir so ne richtige Rallye einfach. Dann gibts das Comeback, Leute. Dann gibts die Revanche. Also, das war so nicht auf uns 16 hier. Boah, das Ende war jetzt echt scheiße. Das tut mir voll leid. Das war voll lowbob. Egal. Ich schäme mich einfach gerade. Egal. Egal. Egal, ich hab fünf Kills gemacht. Ich bin glücklich. Ciao. Und ihr müsst sagen, die Zombies haben gerade wirklich was zu lachen. Die lachen sich bestimmt gerade alle kaputt. Das war so geil. Alle stehen am Strand und das Boot fährt aber so, tschüss. Und vor allen Dingen, gerade wo es losgeht, weißt du, alle kommen so runter, Yeah, wir Schottland. Pfff. Oh, man. Das war so ungibes. Das war geil. Das war echt geil, Mann. Das war richtig geil. Egal, komm. Das ist immer geil. Egal. Okay, also merken, im letzten Zonenbereich nicht mehr außerhalb der Zone sein. Genau, die Zone zieht halt mega viel ab. Das wäre echt gut zu wissen. Das hat Vorteile, wenn man das weiß. Ja, das spielt es halt auch so gut wie gar nicht. Es ist alles in Ordnung. Oh, Mann. Ja, geil. Guck mal, die sterben jetzt alle. Ja, die sterben alle. Guck mal. Ja, wir schaffen es doch noch. Guck mal, guck mal hier. Wer liegt denn hier? Wer liegt denn hier? Guck mal, wer liegt denn da? Wer ist das? Wer ist das, hä? Ja, Mann. Ich sehe nichts. Geil. Oh, Mann. Ah. Gut, die werden alle aus dem Spielbereich geschlagen. Ich glaube, die verprügeln sich gerade gegenseitig. Nee, nee. Ich muss doch nicht pinkeln. Ich muss doch nicht pinkeln. Dann machen wir schnell Schluss. Bevor die Pani noch das ganze Boot vollpinkeln. Sorry nochmal für das geile Ende gerade. Das war einfach was demütigend. Schön. Aber wir machen es gleich besser. Wir machen es gleich besser. Ja, nächste Runde wird super. Nächste Runde wird richtig gut. Und dann haben wir noch eine Special Runde geplant. Aber das kommt auch noch. Ja, sicher. Ja, dann wird schon. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, geiles, episches Ende. Ciao mit Valt. Ciao. Vielen Dank.